Hallo und herzlich willkommen bei unserem YouTube-Kanal Wolfs Adventure. Das ist der Martin. Das ist der Philipp. Der Martin baut ein Expeditionsfahrzeug. Und er fühlt mich dabei. Genau und das ist der SK von Martin, den er aufbaut. Den hat er vom Zirkus gekauft und wird jetzt zum Reisefahrzeug. Außerdem beschäftigen wir uns mit allen anderen Dingen, was irgendwie zu Reisen, Expeditionsfahrzeug und so weiter dazugehört. Also Dachzelte, die ganze Technik und so weiter. Arbeiten auch mit vielen Firmen zusammen. Also wenn ihr irgendwas braucht, wie immer, keine Ahnung, schreibt uns auf unseren Onlineshop auf www.wolfsadventure.at. Wir sind auch immer wieder auf Messen unterwegs. Und auf die Messen haben wir unser Bier mit. Genau. Also wenn ihr es haben wollt, dann kommt ihr zu uns, sagt, her mit dem Bier und das passt dann schon. Nein, das Bier deswegen, nicht weil wir Alkoholiker sind, ist Birma deswegen mit einfach, was eigentlich unser Visitenkarten ist. Und da kommen immer lustige, schöne Gespräche zusammen. Wir sehen uns auf den Messen. Wir sehen uns auf unserem YouTube-Kanal. Abonniert uns, lasst uns einen Like für die Videos da, hilft uns weiter. Und ich hoffe, es habt einen Spaß bei unserem Entertainment. Ja, Comedy Camper. Ja, genau. Der Martin baut ein Expeditionsfahrzeug. Der fehlt nicht. Genau. Entschuldigung. Wir haben den Finger müssen.